Geht es aber auf die Kappe der Spieler. Alles, was auf dem Parkett passiert. Cilic gegen Wetzel, der Eröffnungstipp. Die Mann. Boah. Was für ein wunderschöner Center-Move. Auch Göttingen weiß offensiv zugefallen. Delo, der freie Dreier. Passt. Malte Delo. Schnelle Punkte für ihn. Mittlerweile auch schon ein Pokal-Veteran. Wir haben gesprochen mit ihm und da sehen wir dann ein schöner Blockshot von Wetzel. Der Siegmund Top 4 am kommenden Samstag. Hier zeigt er, dass er nicht Punkte für die WG. Ein Pfeilchen. Am Pfeilchen Dienstag gut. Und Sterling Brown. Hartwig. Schneider. Ja, das ist mal ein Statement-Duck. Endspinger nimmt sofort den Dreier. Nein. Tomagi und Hartwig mit einem sehr intensiven Duell. Oh! Beschwert sich noch ein bisschen. Göttingen hält gut mit. Aber hier nochmal das Play. Kommt der Moment nicht frei. Jetzt Bean. Turnaround-Jumper. Gut. Justin Bean. Wenn man auch immer den Eindruck hat, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr gehen würde. Da ist der Blockshot von Kumagyi. Seiten des Courts. Alba wieder mit der 2-3-Zone. Und dann der gute Pass. Schilinz hat da gelauert unten. Am Zonenrand. Das hat Göttingen gut ausgespielt. Delo. Schöner Linkskoppleger von Malte Delo. Die Linz schleicht wieder hin und her. Da hat er den Ball. Und dann ist der zu sehr rausgespielt. Matissek. Etwas überraschend damals. Bei den Bayern. Gewann. Spaniolo. Nutzt da Schilinz als Ping-Pong-Station. Und legt ab. Jum aus der Ecke. Spodi Jum. 7 Punkte hier im 2. Viertel. Und auf der anderen Seite geht es schon wieder extrem schnell. Himmels. Schilinz. Der hat damit sein Season High aufgelegt. Schöner Pass auf Hartwig, den er irgendwo gelauert hat. Letzter Angriff. Shotlock ist aus. Spaniolo gegen Enzvenger. Spaniolo all the way. Geblockt ist noch genug Zeit. Hume macht ihn rein. Und jetzt ist dann auch Halbzeit hier. Jetzt mit zehn Punkten zum Ende dieser ersten Halbzeit. Und somit 55-44. Direkt mal zum Gegner. Und der kann schnell abschließen. Ja, das sind die Punkte. Dribble Handovers. Und dann Gibson. Dieses Mal ist er drin. Der Dreier fällt. Fünf Punkte. Und sofort die Auszeit von Israel González. Hier nochmal. Und dann Antisiewicz. Gut verteidigt. Auch den Rebound gut gesichert. Göttingen schleicht sich rein und kriegt die leichten Punkte. Die nächsten. Anfang Januar für den 21. Geburtstag. Göttingen. Um den Block herum. Der Dreier. Edwan Fohr. Mit Foul. Zweites Foul für Bode Jung. Das ist ein sehr guter Move von Antisiewicz. Und sie sind dran. Auf sieben. Das ist ein sehr guter Move von Antisiewicz. Und sie sind dran. Auf sieben. Da haben wir es. Zehn Punkte. Sieben Rebounds. Sehr ordentlich. Aber jetzt muss er schnell zurück. Und es ist nicht schnell genug. Ganz weiter Dreier. Gibson. Macht den nochmal rein. Und Göttingen ist dran. Auf sechs. Ein sehr starkes Viertel. Mal um fünf Punkte reduziert. Weil hier Umoja Gibson. 41,2 der Dreier. Und wenn sie so frei sind wie Gibson hier. Dann fällt auch der nächste. Umoja Gibson. Sein Dritter. Ist Göttingen auch am Ende noch ganz nah dran. Und dass diese Mannschaft Scorer-Qualitäten hat. Und jetzt sind ja das drittbeste Offensiv-Team, was die Punkte anbelangt in der WBL. Jungic macht das gut. Findet den Weg zum Korb. Wieder nur drei. Sieben Sekunden nur noch. Delo mit dem Look zum Korb. Und dann Delo. Gute Aktion. Das wird so oder so den Göttingern gut tun. Einfach auch auf diesem Niveau gegen ein Euroleague-Team. Gut mitzuhalten. Und das gut zu spielen. Jung völlig frei. Die zweite Halbzeit angucken. Göttingen wesentlich besser in der Verteidigung. Haben nur 22 Punkte zugelassen. Und machen hier den Ausgleich. Vierter Dreier von Umoja Gibson. Schneider. Der kann den Dreier. Der trifft den Dreier. Offensiv. Gute Arbeit. Und jetzt geht wieder Thiemann zur Arbeit. Oh, das ist so gut. Du hast da immer noch den Mann. Spaniolo zum Korb. And one. Gegen den Julius. Für die BG. Die Lynch. Oh, das ist. Tach verteidigt von Bean. Brown stoppt für drei. Und das dürfte das Sahnehäubchen gewesen sein. Oder der Dagger. Nächster Stil. Göttingen schenkt es jetzt ab. Procida. Oh. Spaniolo. Procida. Und dann der Tipp für Bean. Gibson. gegen Bean. Hier oben nochmal für drei. Ja, passt. Drei Punkte für die Jum. Boah, nee. 108. Zu 85. Der zählt dann auch nochmal für Schneider. 16 zu 85. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin.